Der 88. Schweizer Cup wurde vom 14. September 2012 bis zum 20. Mai 2013 ausgetragen. Titelverteidiger war der FC Basel. Der Gresshopper-Club Zürich gewann zum 19. Mal den Schweizer Cup durch ein 4 zu 3 im Penalty-Schießen gegen den FC Basel. Der Modus. Zehn Vereine der Raiffeisen Super League sowie neun Clubs der Challenge League sind direkt für den Schweizer Cup qualifiziert. Dazu stoßen 19 Clubs aus der 1. Liga, 10 Clubs aus der 2. Liga interregional sowie 16 Clubs aus den Amateur-Ligen. Diese müssen sich in Regional-Ausscheidungen für den Schweizer Cup qualifizieren. Nicht spielberechtigt sind der FC Vaduz aus der Challenge League, da dieser Verein am Lichtensteiner Cup teilnimmt. So wie die U21-Mannschaften aus der 1. Liga-Promotion des Weiteren sind sämtliche weiteren Reserve-Teams ebenfalls vom Cup ausgeschlossen. Gewinnt eine zweite Mannschaft einen regionalen Cup, so rückt die erste Mannschaft vor. Erste die erste Mannschaft bereits qualifiziert, so geht der Startplatz an den Finalisten des regionalen Cups über. Es wird im K.O.-System gespielt. Jeder Runde muss im Normalfall innerhalb von maximal zwei Tagen stattfinden. Der Spielort für das Finale ist noch unbekannt. 1,32 Finals 4 und 60 Teams Die Sieger sind für die 1,16 Finals qualifiziert. 1,16 Finals 2 und 30 Teams Die Sieger sind für die 8 Finals qualifiziert. 8 Finals 16 Teams Die Sieger sind für die 4. Finals qualifiziert. 4. Finals 8 Teams Die Sieger sind für die Halbfinals qualifiziert. Halbfinals 4 Teams Die Sieger qualifizieren sich für das Endspiel. Finale Der Sieger gewinnt den 88. Schweizer Cup. Teilnehmende Mannschaften Insgesamt nehmen 64 Mannschaften am Cup teil. Die in der folgenden Tabelle fett gedruckten Mannschaften stehen noch im Wettbewerb. Erste Runde Die Teams aus der Raiffeisen Super League und aus der Challenge League können nicht aufeinandertreffen. Erste eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga erhält diese den Heimvorteil, ansonsten die erstgezogene Mannschaft. Die Auslosung fand am 17. August statt. Zweite Runde Die Teams aus der Raiffeisen Super League können nicht aufeinandertreffen. Erste eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga erhält diese den Heimvorteil, ansonsten die erstgezogene Mannschaft. Die Auslosung fand am 17. September statt. Achtelfinals So weit wie möglich wird vermieden, dass Teams aus der Raiffeisen Super League aufeinandertreffen. Erste eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga erhält diese den Heimvorteil, ansonsten die erstgezogene Mannschaft. Die Auslosung fand am 11. November statt. Aufgrund winterlicher Wetterverhältnisse mussten die Achtelfinal-Pazien FC Wohlen, FC Thun, SC Grins, FC Sion und FC Aarau, FC St. Gallen verschoben werden. Die drei Begegnungen wurden am 3. Februar 2013 nachgeholt. Viertelfinals Die Begegnungen werden ausgelost. Jeder kann auf jeden treffen. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, erhält den Heimvorteil. Die Auslosung fand am 9. Dezember statt. Halbfinals Die Begegnungen werden ausgelost. Jeder kann auf jeden treffen. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, erhält den Heimvorteil. Final Das Finalspiel fand am 20. Mai 2013 im Stade des Wisse in Bern statt. Torschützenliste